Was hast du mir da mitgebracht? Das ist eine Ehre! Was für eine Pracht! Wahnsinn! Ich habe schon mal die Beratung gemacht. Du hast sehr unterschiedliche Lockenbild. Woher kommt das denn? Warum sind die Spitzen und Längen so glatt und in den Ansätzen so graus? Ich habe erstmal eine Naturkrause, weil ich ursprünglich aus Nordafrika starre. Das heißt, da bringe ich schon mal etwas mit. Deswegen sind sie oben auch grauser und sehr, sehr, sehr lockig. Und ich habe tatsächlich selber mal eine Glättung gemacht mit so einer Creme, die auch aus Nordafrika stammt. Und deswegen sind die Längen hier etwas glatter. Genau. Oh, wow. Okay. Ja, da habe ich dich ein bisschen bewundert, dass du diesen Mut hattest, selber die Haare zu glättern. Weil all diese Produkte sind besonders chemisch. Also die Glättung beim Friseur, bei dem Spezialisten ist immer noch mal ein bisschen von der Qualität anders, als wenn man es selber macht. Deshalb haben die auch die Haare ein bisschen gelitten. Man sieht ja, die sind sehr, sehr ausgetrocknet. Aber desto trotz hast du trotzdem viele Haare, schöne Haare, schöne Locken. Ich habe Leute richtig Spaß gemeldet. Richtig Spaß, richtig was Schönes daraus zu machen. Wir liegen los und lassen unsere Zuschauer überrascht. Ich bin gespannt. So, es ist vollbracht. Es sieht toll aus. Du fühlst dich voll, ja? Sehr, sehr gut. Es war eine wichtige Herausforderung. Ich habe dir gezeigt, genau, du machst Hawaii jetzt und Pelmut gehen. Und dann richtig schön, damit diese Grisselige weggeht. Wir haben ja schon eine ganze Menge angearbeitet. Deskeniertest du das so schön rein. Ja, die Länge ist perfekt. Sehr schön. Man merkt den Stress. Alles klar. Du bist zufrieden? Sehr zufrieden. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke. Danke. Bis zum nächsten Mal.